Mein Name ist Jürgen Kissel und ich bin Betriebsleiter der Wolfgang Breinfeld GmbH in St. Ingbert im Saarland. Seit über 40 Jahren entwickeln wir Getriebekonzepte für eine Vielzahl an Industrieanwendungen. Unser Portfolio reicht von universellen Standardgetrieben bis zu anlagenspezifischen Sonderlösungen mit Stückgewichten bis 40 Tonnen. Ursprünglich auf robuste und leistungsstarke Getriebe für den Bergbau spezialisiert, haben wir uns einen Namen als einer der führenden Hersteller von Getriebekomponenten für Windanlagen und Schiffsmotoren gemacht. Mit Hilfe modernster Maschinen und Messtechnik fertigen wir Komponenten und Verzahnungen für Getriebe bis zu einer Leistung von 5 Megawatt sowie Sondergetriebe für den nationalen und internationalen Markt. Mit dem BRO-S Nullpunkt Spannsystem der Firma Schunk ist es uns gelungen, das Bohrungs- und Verzahnungsschleifen von Planetenrädern mit höchster Präzision und gleichzeitig kürzesten Rüstzeiten nacheinander auf unterschiedlichen Maschinen zu realisieren. Wir konnten durch die Nullpunkt Spannsysteme die Rüstzeiten um 80% reduzieren, was uns gerade bei Einzelteilen und kleineren Serien eine enorme Verbesserung bei der Herstellung bringt. Insgesamt haben wir vier Systeme im Einsatz, die den geforderten Rundlauf von 5 µ mit 2 µ deutlich übertreffen. Mit Hilfe des Nullpunkt Spannsystems der Firma Schunk konnten wir, ohne in weitere Maschinen oder Mitarbeiter zu investieren, die Ausbringung deutlich erhöhen. Mit Hilfe des Nullpunkt Spannsystems des Nullpunkt Spannsystems des Nullpunkt Spannsystems des Nullpunkt Spannungssystems 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 des Nullpunkt Spann